Hallo meine Damen und Herren, viele Hörerinnen und Hörer der Stimme Koreas mögen sehr die koreanische Musik. Einst war der deutsche Hörer Andreas Nido de Peet darum, das Lied »Unsere sozialistische Gesellschaft ist die Weltbeste« zu senden. Das Lied wurde im Jahr 1778 1989 von Kim Du Il geschrieben und vom Künstler des Volkes Seul Myung Sun komponiert. Der Liedtext lautet wie folgt. Die erste Strophe. Auf Bergen und Feldern reifen alle Getreide und Obstsorten, in automatisierten Betrieben sind fröhliche Lieder zu hören. Jeder arbeitet als Heer voller Freude. Unsere sozialistische Gesellschaft ist die Weltbeste. Die zweite Strophe. Alle Bürger leben einträchtig wie eine Familie. In der fürsorglichen Obhut führen sie ein schönes Leben. Jeder führt als Heer ein sinnvolles Leben. Unsere sozialistische Gesellschaft ist die Weltbeste. Die dritte Strophe. In diesem Land gibt es weder Ausbeutung noch Unterdrückung. Es ist ja ein Paradies ohne Sorgen. Jeder genießt als Heer großes Glück. Unsere sozialistische Gesellschaft ist die Weltbeste. Unsere sozialistische Gesellschaft, geschaffen vom Präsidenten Kim Il-sung und geführt von unserer Partei, ist die Weltbeste. Nun hören Sie das Lied im Damen-Tazet. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Amen. 무렵히 지우시고 우리가 기대하는 사회주의로 세상에서 지조하여 우리의 사회는 우리의 사회는 우리의 사회는 우리의 사회는 우리의 사회는 여기에서 평양 우리의 사회 우리의 사회 우리 korean